Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Als innovatives Start-up-Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung im Kommunal- und Landmaschinenbau zeichnet sich die Hauer Metalltechnik GmbH aus. Der Statzendorfer Betrieb begeistert mit der Entwicklung und Herstellung von Produkten, die im Arbeitsalltag multifunktional einsetzbar sind. Eine Spezialisierung liegt dabei im Bereich der Fertigung von Räumgeräten für den Kommunalbereich und die Privatwirtschaft. Diese sogenannten Multischieber besitzen einen besonders robusten und verschleißarmen Gummiräumschild. Dadurch wird der Untergrund, zum Beispiel Treppen, Randsteine und Kanaldeckel, geschont und zugleich der Geräuschpegel um ein Vielfaches gesenkt. Ein weiteres praktisches Merkmal ist die hydraulische Räumbreitenänderung bei allen Schiebern. Diese sorgt bei Flächenräumungen für leistungsstarkes und komfortables Arbeiten mit einer Zeitersparnis von bis zu 50%. Hauer Metalltechnik – Top-Ausstattung vom Profi. Top-Ausstattung vom Profi.